Aus Syrien kommt heute die Nachricht, dass die Stadt Raqqa gefallen ist. Die einstige Hochburg des selbsternannten Islamischen Staates sei weitgehend befreit, vermeldet die Anti-IS-Allianz. Damit hat der IS seine letzte bedeutende Bastion in Syrien und Irak verloren. In der Stadt werden jetzt noch etwa 100 dort verbliebene Dschihadisten vermutet. Die Schlacht um Raqqa ging über Monate. Mit Unterstützung der USA kämpfen dort neben arabischen Milizen vor allem kurdische Verbände. Nicht nur in Syrien, auch im Irak ist es vor allem der Kampfeskraft der Kurden zu verdanken, dass der IS wieder zurückgedrängt werden konnte. Auch bei den Schlachten im Irak standen sie in vorderster Reihe an der Seite der irakischen Armee. Doch mit dieser Gemeinsamkeit ist es vorbei, seitdem die Kurden ihr Unabhängigkeitsreferendum abgehalten haben. Bevor wir gleich über die aktuelle Entwicklung im Nordirak berichten, erläutert Dara Hassan Sadeh noch mal kurz, worum es beim Kurdenkonflikt geht. Masoud Barzani, der Kurdenführer in Nordirak, er gehört zu den ganz wenigen Kurden, die in einem unabhängigen kurdischen Staat geboren wurden. Im August 1946 in Mahabad. Iranische Kurden riefen die Republik aus, der erste kurdische Staat war gegründet, in den wirren der Nachkriegszeit. Er behauptete sich kaum ein Jahr. Barzanis Vater Mustafa, ein General, verlor den Kampf gegen Teherans Truppen. Die Barzanis flüchteten, im Nordirak führten Vater und dann der heranwachsende Sohn den Unabhängigkeitskampf fort, die Barzani-Re wollten. 1970 handelte dann Vater Barzani mit Saddam Hussein lang ersehnte Autonomierechte aus. In den 80er Jahren, während des Iran-Irak-Krieges, misstraute Saddam zunehmend den Kurden. Er ließ sie verfolgen und arabisieren, aber tausende Kurden wurden ermordet. Es gipfelte 1988 im Giftgasangriff auf Helabjie. Erster Sturz Saddam Husseins brachte den irakischen Kurden weitgehende Autonomie. Seit 2005 haben sie in Nordirak eine eigene Armee, ein Parlament, aber noch keinen eigenen Staat. Das Unabhängigkeitsreferendum Ende September war der jüngste Versuch dazu.